Ich weiß nicht. Oh mein Gott! Dankeschön! Wir haben es! 31. Ja, das ist doch richtig. Cool, wir haben es! Wir haben es! Ha! Und hallo, Manu! Lange nicht da gewesen. Willkommen! Wie cool, wir haben es! Ja, wir machen jetzt einfach weiter, würde ich sagen, ne? Weiß ich nicht. Wir Katzen, sag her auf! Das wird komisch. Da ist ein Shiny-Taupsi! Ich sag es doch, Leute! Nein, das ist ein Raubtui. Das ist kein Shiny. Was sag ich? Na? Okay, wir müssen die Chance wieder neu aufbauen. Ist aber egal. Am Katzensack. Jetzt wird's. Hild. Ich kann noch so ein paar Storys erzählen. Oh Mann. Müsste eigentlich morgen wieder streamen können. Ah, okay. Ja stimmt, du warst ja gesperrt, ne? So. Ich sag doch, wir kriegen alles, außer das, was wir wollen immer hier. Da fangen wir die Chance wieder an. Ah, ich wusste es! Ich wusste es! Ich wusste es! Nein! Na, was haben wir jetzt? Na? Ich wusste es, Leute! Die pickt doch die Hände. Äh, das ist schwer zu bekommen. Shiny in dem Spiel und die Legis in der Wildnis. Also, Laudas sagt... Ja! Ehrlich, wie versuche ich das gar nicht als Shiny? Äh, nee. Ich bekomme nicht mal was. Schule. Ja. Schule. Aber, überleg mal so später. Glaub mir, wenn du älter bist, wirst du meine Worte noch im Gedächtnis haben und denken so, ja, die hatte damals recht gehabt. Ja.